Ja, dann erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Da sind wir im Grunde genommen über die Strategie, die wir Innovationsmotor nennen bei uns, auf das Programm Unlock.com. Weil eure Projekte, die ihr natürlich jetzt noch nicht abgeschlossen habt, und ihr seid mittendrin, die zahlen im Grunde genommen genau auf diese Veränderungen ein. Auf die großen, großen Fragestellungen, die wir auch haben, die aber auch die Gesellschaft hat, die nicht nur Wikimedia Deutschland am Ende vom Tag kommt. Und ihr erweitert auch mit euren Projekten vor allem auch die Gedanken, die wir haben, den Handlungsspielraum, den wir haben, auch unabhängig, auch über die Wikipedia hinaus. Die Wikipedia wird es hoffentlich noch lange geben, aber wir müssen eben auch noch in die Zukunft schauen. Und genau das macht ihr. Und das macht mich übrigens auch so zuversichtlich, dass, wenn wir darüber sprechen, ob die Sonne untergeht oder aufgeht, ich definitiv sage, die Sonne wird aufgehen. Und ich denke, ihr seid da auf einem ganz, ganz, ganz tollen Weg, einen wertvollen Beitrag auch zu leisten. Nicht nur zu dem, was Wikimedia als internationales Movement macht, sondern eben zu einer informierteren Wissensgesellschaft. Zeitmutig, geht voran, bringt eure Projekte voran und baut eure Ideen aus, testet und lasst euch nicht nach hinten werfen. Ich glaube da ganz fest dran, dass in vier Wochen ganz tolle Sachen dann auch entstehen. Ich glaube da ganz, 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 ganz. Ich glaube da ganz, 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 ganz.